So, willkommen zu einer neuen Folge von Anno 2070 Part 13 und wir werden mal schauen was wir heute machen. Ihr seht schon, das Wasser spackt gerade ein bisschen ab, auch wenn ich so in der Kamerafahrt bin. Weil ich hatte jetzt einfach nicht die Zeit, ich habe jetzt schon eine Viertelstunde lang. Ach übrigens, Border stimmt, muss man anders schreiben mit H. Danke für den Hinweis, ist mir nicht aufgefallen. Ja, auch wenn ich jetzt so ranzoom, das spackt jetzt gerade ein bisschen, aber ernsthaft, ich versuche das schon seit einer halben Stunde, ich muss nämlich jeden Tag, ähm, das neu versuchen. Also ich muss wirklich eine halbe Stunde dafür investieren, dass das Wasser mal nicht so wie jetzt hier spackt, das dauert ewig. Ich habe keine Ahnung, warum. Am Anfang hat es immer funktioniert mit Neustarten, das funktioniert jetzt nicht mehr irgendwie, nicht mehr so richtig. Das Wasser ist halt doch ein, naja, relativ großer Teil und wenn das natürlich abspackt, ist es nicht so schön. Aber ich nehme jetzt mal eine halbe Stunde auf und letzte Folge war doch etwas länger und auch mit Tornado etwas spannender und ja, doch, ich kann mir vorstellen, hier sind einige Leute gestorben. Wer hat Interesse beim guten Trenchcoat ein paar Geschäfte? Und ich habe jetzt eine neue Aufnahmemethode, mal schauen, wie die so funktioniert. Also mit Outer City und das ist dann noch eine Herausforderung, dass das mal alles so funktioniert, wie es soll. Und ich schaue mal, habe ich jetzt mein Öl, habe ich die Route schon? Jo. Jetzt müssen wir natürlich noch mit dem Öl was anfangen, das wird jetzt einfach nur hierher transportiert, aber da kommt schon noch was. Wir bauen jetzt als erstes mal, äh, nicht auf der Insel Wein an, also Wein vielleicht schon, aber wir brauchen das Zucker nicht. Kann ich das? Das Item wird zerstört, wenn ich es entzockele. Also, von wo könnten wir dann die Sachen herbekommen? Hier zum Beispiel Zucker. Und Wein von so einer Insel. Eine der wenigen Inseln, auf denen es auch Tannen gibt. Die gibt es wirklich sehr selten, finde ich, in Anno. Früher gab es die so oft und da fand ich sie nicht so schön. Und jetzt finde ich ganz gut, wenn es auch Mischwälder gibt. Gibt es aber nicht so viele. Hier könnten wir auch Wein holen. Äh, Zucker meine ich. Hier könnten wir Zucker abbauen. Oder anbauen. Und... Hm. Und Wein machen wir hier, genau. Dann machen wir das getrennt. Zerstören wir mal das Item. Weizen natürlich nicht so schlau. Aber... Ging gerade nicht anders. Und ich werde jetzt mal schauen, wie das mit dem Verhältnis zwischen Zucker und Wein war. Ähm... Und Planschau. Doch, so ergibt sich logisch. Wir brauchen... Eins, zwei, drei, viermal Weingut und zwei Zucker. Mhm. Viermal Weingut und zwei Zucker. Gut, dann bauen wir uns jetzt hier mal ein bisschen was auf, würde ich sagen. So, erst mal schauen, weil so habe ich das noch nie gebaut. Wenn, dann immer zusammen. Und auch davon habe ich nicht wirklich viel gebaut. Drei, sechs, sieben, acht. Okay, wir brauchen acht. Acht, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ähm... Sagen wir mal so. Mal schauen, ob es passt. Wenn nicht, könnten wir im Notfall immer noch das rückgängig machen. Kraftwerk bauen wir gleich. Jetzt erstmal noch nicht. Zwei geht es drüber hinaus. Dann bauen wir... Nein, dann bauen wir hier hinter. Dann war es doch so. Eins, zwei, drei und dann so. Hm, hoffe ich mal. Aber wir werden es ja eben sehen. Ne, Atom brauchen wir denn nicht dafür. Wein. Sehr schön. Und das kommt dann hier hin. Registriere Energieknappheit. Jop, Energieknappheit, aber wir werden schauen. So passt schon mal hin. Dann kommt es da hin. Das da, da. Und da. Moment, hatten wir nicht schon irgendwie sowas in der Art? Meine ich das gerade eben bloß? Oder war das jetzt in einem anderen Spielstand? Nö, da hatten wir noch gar nichts gebaut. Ne, wirklich nicht. Okay. Gut, dann dachte ich das bloß. Dann bauen wir gleich mal hier weiter. Ah, das geht jetzt aber nicht so ganz auf, oder? Und was liegt das denn? Ah, ich sehe, ich sehe. Das liegt daran, dass ich hier komisch gebaut habe, weil der Plan sich hier ändert. Ja. Ja. So muss das hier sein. Scheinbar. Ah. Äh, so, ja. Mal schauen. Gut. So hat es natürlich Platz. Natürlich geht hier auch ein bisschen Platz verloren. Das ist schade. Aber wenn es gerade nicht anders geht. Naja. Hm, so. Oh, acht von... Äh, sieben. Das ist natürlich nicht so toll. Ne. Was geht denn jetzt wieder schief? Was? Ne, das passt soweit sogar. Nö, passt. Hey, passt wirklich. So, dann haben wir schon mal vier Stück. Ja, und das kommt jetzt hier ein paar Mal hin mit Wein. Ich würde sagen... Hm. Vier Mal... Hm. Ähm, wie viel haben wir denn bei den Sachen hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gut, acht Mal. Dann bauen wir davon auch acht Stück. Wenn es Platz hat. Und wie viel Platz brauchen wir nach unten? Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Dreizehn, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Okay, bin gespannt, ob es passt. So, und dann... Drei, eins, zwei, drei, nach oben. Hier nur drei. Eins, zwei, drei. Mich wundert es ja, wie man auf so einen Plan kommt. Das ist ja wirklich... Strange. Ha, passt sogar oben. Das war knapp. Habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber es passt. Ähm... Und dann ist ja egal, wie knapp es ist. Hauptsache, es funktioniert. Scheint hier relativ egal zu sein, wie man das hinbaut. Welche Felder jetzt zu welcher Farm gehören. Und irgendwie auch die Formation, in der man das hinsetzt, ist auch nicht so schlimm. Äh, jetzt irgendwie schon so. Ja, doch, scheint was zu machen. Ja, weil der Länge nach geht es hier gerade eben nicht, aber so rum geht es wieder perfekt. Sieben und da oben passt es ja auch hin, ne? Hm, hier haben wir einen Fehler drüben. Ach, ach, das... Nein, 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 nein. Das war schon richtig. Ich habe es trotzdem mal mitgemacht. Ja, klar. So, und hier haben wir jetzt noch ein Problem. Hm. Ah, bei dem hat eins gefehlt. Sieben. Sieben, sieben, sieben. Okay. Und da wir ja schlau sind, müssen wir mal schauen, wo brauchen wir Zucker? Wo war das jetzt? Hier oben war das, glaube ich. Oder gibt es noch eine schöne Insel mit Zucker? Ja, hier unten. Hier gibt es ein Kraftwerk und noch Gemüse. Und hier gibt es noch Wein. Tja, gute Frage, wo wir es hinbauen. Ich würde sagen, wir bauen es hier unten hin. Hier schön Zucker. Oder was gibt es hier noch so? Ja. Könnte mal ich Zucker hier unten hinbauen. Dann nehme ich mir mal ein Schiff, lade da wieder Zeug auf. Übrigens, wer es wissen will, wenn man auf die Arche klickt, kann man mit R, das sieht man jetzt auf der Mini, man hat die ganzen Punkte, die Arche verschieben. Also klickt man einfach auf den Punkt oder lässt die Maus drüber und dann kommt, wenn man dann rechtsklick drücken würde, linksklick meine ich, dann würde die natürlich da auftauchen. Mache ich jetzt nicht, weil die passt gerade. Und ich lade natürlich wieder bloß 10 Tonnen auf, was irgendwie gar keinen Sinn macht. Und was brauchen wir für Zucker? Nicht so viel, oder? Nö, Werkzeug und Bauzellen. Okay. Aber es kann ja trotzdem mal nicht schaden, ein bisschen Stahl mitzunehmen und ein bisschen Beton. Dann ist mal auf der sicheren Seite und dann fahren wir hier runter, wo es vielleicht einen größeren Hafen gibt. Äh, Hafengebiet. Hier unten. Dann hat es hier nämlich einen kurzen Weg von... Ne, nicht von hier. Ach, wir laden es halt da oben auf. Super. Ja, dann bauen wir uns doch hier hin. So, Zucker. Der kommt aber jetzt erstmal gleich. Also man muss noch ein bisschen warten, weil wir werden halt hier oben weiter ausbauen momentan. Die Insel ist doch nicht so groß, wie ich dachte. Wenn man sich das jetzt so anschaut. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, so ist es wirklich nicht groß. Obwohl man es auch am Anfang oft unterschätzt, also ich unterschätze Inseln oft und denke am Anfang, ja, so viel hat jetzt auch nicht Platz drauf. Und dann kannst du da so eine riesen Stadt hinbauen und dann wirkt sie einfach viel größer auf einmal. Moment mal. Da habe ich einen Fehler gemacht. Na ja, war jetzt nicht so schlimm. Ist aber auch eine komische Form hier. Das muss nämlich hier schon reingehen. Sonst geht der Stahl aus. Aber habe ich noch was dabei? Jo, ein bisschen noch. Aber es reicht natürlich gar nicht. Also mit dem Wasser, ich bin mir nicht sicher, ob ihr eine Lösung hättet, aber es ist nun mal ein bisschen ätzend. Was ja wohl verständlich ist. Weil ich muss das jetzt so oft neu starten und irgendwann reicht es auch mal. Und was passt bitte jetzt nicht? Was denn? Habe ich doch genauso gebaut. Achtung! Produktionsstillstand. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Irgendwas passt hier überhaupt nicht zusammen. Nur bin ich noch nicht draufgekommen, was? Ah. Oh. Okay. Ich bin draufgekommen. Wir haben es eins versetzt gebaut. Irgendwie. Moment. Das muss da hin. Dann kriegt es hier Felder. Und irgendwie sind jetzt alle grün, was ich jetzt nicht verstehe. Achso. Jetzt ist es doch besser. 6, 7 und dann kommt es... Ah, Mann, Mann, Mann. Alles versetzt. Ja. Alles anders. So, oder? Ja. In der Tat. In der Tat. Und V ist die Abkürzung für den Hammer. Also für den... Für das Abrisswerkzeug, nicht für den Hammer. Ist ja gar keiner, ist ja eine Spitzhacke. Mal schauen, wenn ich dafür brauche, mir das zu merken. So. Aber jetzt passt's. Ich habe mich doch gar nicht verzählt eigentlich. Nun ja. Solange jetzt alles Platz hat. Äh, ah. Ja, hat Platz. Na, so sieht es doch gleich mal viel besser aus. Und dann bauen wir uns das hier jetzt aber doch perfekt dorthin, oder? Hm. Sollte so passen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Einmal V und einmal weg. Zwei steht's drüber und drei geht's da und eins da. Ah, ja. Mal schauen, ob ich mir hier verzählt habe und ich hab wieder einen Fehler gemacht. Eins, zwei, drei. Es freut mich übrigens, dass euch Anno gut gefällt. Könntet ihr natürlich auch kaufen, wer es nicht getan hat. Und mich würde eigentlich auch mal interessieren, wer von euch spielt denn hier eigentlich Anno? Weil es jetzt kein, naja, würde ich mal sagen, so bekanntes Spiel. Weil, also, viele kennen es nicht. Mich wundert es warum, aber ist so. Leider. Müssten eigentlich viel mehr Leute kennen. Naja, durch den Teil wurde natürlich schon einiges an Werbung gemacht. Und das finde ich auch sehr gut. Weil Anno ist halt ein sehr guter, ein sehr gutes Aufbauspiel. Und das gibt's auch schon ziemlich lange. Ich habe auch alle Teile davon gespielt. Nur habe ich keine Ahnung mehr, wo ich mein erster Teil ist. Ähm, 16. 16. Ah, wie heißt das denn? 16.02, genau. Weil die Zahlen zusammen müssen immer neun ergeben. Also, 20, 70, 7, 8, 9. Ne? 7 plus 2. Und so ergeben irgendwie alle Teile, naja. So die Nummerierung. Nummerierung. Vier, das war neun. Ich war vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also, ich habe echt keine Ahnung, wo der sein sollte. Fünf, eins, zwei, drei, vier. Ah, das hat auch ziemlich Spaß gemacht. Und, ja. Seitdem her bin ich davon relativ begeistert. Ich habe auch mal ne Zeit lang nicht gespielt. Also, es ist ja nicht so, dass ich ein totaler Anno-Freak bin. Weiß gar nicht warum. Anno ist wirklich sehr schön. Spiel. Und es wird auch nicht wirklich langweilig. Natürlich, im Grunde ist es immer aufbauen. Aber, immer anders. Naja, versteht schon. Wir benötigen Werkzeug. So. Und laden das ganze Zeug wieder ein. Boah, Mann, da brauchen wir viel. So, und hierhin. In der Zeit könnten wir schon mal ein Kraftwerk bauen. Kohle gibt es ja hier mit Sicherheit. Jupp. Wäre schlecht, wenn es keine Kohle gibt. Gibt es eben auf manchen Inseln. Ja, ist mir auch schon mal aufgefallen. Natürlich haben wir hier viele Ressourcen. Und da... ...könnt es auch auf jeder Insel wie gehen. Wir stoppen gleich mal die Produktion von zwei. Die habe ich jetzt einfach mal hingebaut, damit wir die schon mal haben. Denn wir brauchen mit Sicherheit irgendwann nochmal mehr Energie. Ach ja, da war ich ja schon am bauen. V war's. Jupp. Ich habe jetzt aber keinen Fehler gemacht, oder? Habe ich schon wieder... Mit Sicherheit habe ich einen Fehler gemacht. Mal schauen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Nö, eigentlich nicht. Okay. Interessant. Aber hier muss ein Fehler vorliegen. Schon wieder? Ach, ich weiß warum. Hier oben haben wir noch mehr Platz. Mit Sicherheit. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht. Oh. Ja, dann... Jetzt bin ich mal draufgekommen, nach was es lag. Ja, weil hier geht der Weg so direkt nach vorne und hier geht es nochmal eins rüber und dann steht es hier noch woanders. Und das hatte ich vorher nicht bemerkt. Jetzt weiß ich ja mal, dass es lag. Eins, zwei, drei. Okay. Gut, dass ich da auch mal draufgekommen bin. Ach, da habe ich schon was gebaut. So, die drei Felder gehören zu dem. Passt schon. Nein, 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 nein. Ein Feld passt nicht. Moment, da passen noch mehrere nicht. Verdammt. Verdammt. Dann bauen wir da oben weiter. Dann können wir noch auffüllen, was halt so hingeht noch. Ja, also der hat uns jetzt zum Beispiel 39 Tonnen abgekauft. Das ist nicht wirklich viel. Also an dem lag es nicht, dass ich oft mal wenig Bauzellen hatte. Ich meine ja, das liegt einfach daran, dass ich ziemlich viele verbraucht habe, einige Zeit lang. Und daher wird das wohl kommen. So, bauen wir jetzt so hin und dann... Haben wir halt nur fünf von sieben Feldern, aber das geht auch. So, und jetzt bauen wir hier oben einfach mal acht hin, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann kann ich Zucker bauen, anbauen. Könnt knapp werden mit Executives. Könnt sein, ich lasse mir noch Zeit bis zur nächsten Folge. In der letzten hatte ich ja gesagt, vielleicht schaffen wir es dieses Mal schon. Aber, ja, ja, ihr seht ja, kann dauern. Bei meiner, bei meinen Vorsichtsmaßnahmen, die ich immer ergreife. Damit auch wirklich die Produktion sicher ist. Und wir keinen Ausfall haben. Wunderschön. Wusste ich jetzt gar nicht, soll ich noch eins bauen oder nicht? Noch eins oder nicht? Ist die Frage. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück. Sechs Stück. Haben wir aber noch Materialien dafür? Ja, haben wir. Und wie viel Zeit habe ich noch? Sechs Minuten. Okay, wir schaffen es auf keinen Fall, mehr Executives zu erreichen. Da werde ich jetzt aber hier noch weiterbauen. Dann bin ich da schon mal beruhigt. So von der Funktion dieser Insel her. Baue ich das hier nochmal der Länge nach hin? Ja, sollte gehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oha. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, neun. Und hier waren es acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Jep. Hier können wir nicht so bauen wie oben, weil uns sind Berge im Weg. Riesenberge. Naja. Also die Folge war jetzt mal nur aufbauen. Also ganz stark und so. Nichts anderes machen. Aber gehört natürlich auch dazu, weil wir müssen einfach ganz viel aufbauen. Und sonst kriegen wir nie Executives. Und wir wollen natürlich Executives haben. Dann würde ich gefragt, ähm, ja, wie schaut's aus mit Text oder Ecos? Text, da kommt noch was. Ecos, äh... Eher weniger. Eher weniger. Aber es kann sein, ich lasse mir da eine Kleinigkeit einfallen, die Ecospieler vielleicht nicht ganz so freuen sollte. Hihihi. Ich bin einfach so gemein. Jetzt haben wir da auch nicht die volle Auslastung. Was soll das? Sechs. Naja, geht auch. Und dann noch eines. Äh... Ja, kann das sein? Ich bin jetzt ein bisschen rumgerutscht hier. Aber wir werden's feststellen. Indem ich jetzt hier noch so eins nehm und... Jopp, passt. Ihre Dienste in dieser Sache sind für die Firma unverzichtbar. Ah, wir werden noch was schauen. Äh, Tagesgeschehen. Mal schauen. Instruktionen erhalten. Sechs Kisten Treibgut, Sonnebergen. Machen wir noch schnell. Wo waren die? Hier, dann kriege ich nämlich 50 Karrierepunkte. Wer will die denn bitte nicht? Hä? Habe ich jetzt alles mitgenommen? Hoffe ich. Wir werden es sehen. Ähm... Habe ich jetzt nämlich wild durcheinander geklickt. Sechs... Sieben... Sieben... Äh... Schlimm, schlimm, ne? Dieser Wein... Dieser Wein... Eigentlich trinken wir ja bloß alkoholische Getränke. Spiritosen halt und... Für die etwas reicheren dann gibt's Champagner. Äh... In geringen Mengen. Mal schauen, wie teuer uns die Insel eigentlich ist. Heh. 529... 529... Das ist ja irgendwie gar nichts. So... Dann... Würde ich doch mal... Sagen... Ich baue mir hier... Gibt's hier noch welche Ressourcen? Naja... Uran gibt's noch ein bisschen. Ansonsten ja nicht wirklich wichtige Sachen. Dann schnappe ich mir hier die Items. Oder? Mach ich das? Okay, wir haben 50 Punkte erhalten. Gut, dann baue ich hier nämlich die Kälte rein hin. Das werden dann... Zwei Stück pro Block, oder? Ja, genau. Also... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, genau. Dann werden es 16 Stück. 16 Fabriken. Jetzt brauchen wir aber ein bisschen Strom. Damit die hier wieder durcharbeiten können. Und ich bin gespannt. Habe ich die Materialien dafür? Jo. Es waren 16 Stück. Ja. Hm, soll ich die gleich hinbauen? Oder mal drehen? Na, ich glaube, ich baue die gleich. Was sind denn so Löcher da unten drin? Irgendwie geht's da runter an dem Gebäude. Okay. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, wir haben acht. Oh nein. Nein. Nein, nur acht Stück. Wir brauchen Werkzeug, Beton, Stahl, Bauzellen. Naja, Bauzellen nicht unbedingt. Okay, das holen wir uns mal eben schnell. Das Werkzeug. Habe ich denn überhaupt viel an Werkzeug? Stahl ist gar keins mehr da. Also nicht wirklich viel. Komisch. Komisch. Ich habe doch Produktion. Nein, ich habe eine durch Werkzeuge gesetzt, oder? Oder doch, müsste ich haben. Ja, 29 Minuten sind vorbei. Aber ich baue die jetzt noch da hin. Deshalb plane ich ja mal schon mehr Zeit ein. Also wir hatten acht, dann... Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechszehn. Na, passt doch. Ist doch schön, oder? Ist doch. Wie die abgehen. Wie die alle abgehen. Oha. Ja, Wein gibt es ja schon. Zucker gibt es noch nicht. Zucker wird in der nächsten Folge kommen. Habe ich ja schon ein schönes Schiff mit... Moment, hier habe ich so viel drauf. Was wollte ich mit dem? Also, die Sirene nehmen wir. Machen mal eine Handelsroute. Die nennen wir... Scham... Packner, oder? Packner. Packner, ja. Champagner. Da laden wir nämlich hier den ganzen Champagner ein. War gerade übrigens schön, dass mir das Feld verbaut war. Durch einen Hinweis. Hinweis. Und hier ausladen. Und dann noch die Sirene. Sirene. Und dann muss ich natürlich noch eine Kleinigkeit machen. Um die komme ich jetzt gerade nicht vor... Drum... Drum... Wo ist mein... Wo ist mein Trimaran hin? Ach, da unten. Versteckt er sich. Ah, da. Ging sogar. Ging sogar zu mitnehmen. Ich habe nämlich jetzt hier natürlich noch diese schnellere Gärmittel mitgenommen. Das kann ich hier natürlich sehr gut einsetzen auf der Insel. Deshalb... Machen wir es ja um so... Äh... So umständlich mit... Ausladen und irgendwas und Zeug. Von Zucker von einer anderen Insel her holen. Denn dann hauen die hier ordentlich auf den Putz. Strommangel. Schon wieder. So. Ja, wo war ich denn? Oh, die Umherblanz hier. Da sollten wir auch was tun. Oh ja. Geringfügig. Geringfügig. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge das hier weiter ausbauen. Das heißt Zucker auf der anderen Insel herstellen. Und dann könnten wir schon demnächst Executives haben. Man muss sich ja bloß mal anschauen, was wir in dieser Folge erreicht haben. Der Wein sieht nicht so ganz frisch aus, wenn ich es gerade von hier betrachte mit der Ökobilanz. Könnten wir natürlich ein bisschen verbessern. Indem wir Entsäuerungsstationen bauen und all den Krempel. Ja. Aber seid gespannt, wie es weitergeht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.